So, da hinten haben wir noch einen Wanderer, den nehmen wir auch noch mit. Ein Macholo. Gut, hier, der Durchbruch. Sterben würde daran jetzt nicht. Okay. Der Durchbruch, den Karate-Schlag von dem Macholo hat Pfeid besser weggesteckt, als ich es gehofft hatte. Naja, bei einem Onyx, da will ich schon wechseln, weil ein Onyx-Klima definitiv nicht gewonnen hätte und man weiß, was der wieder alles hat. Onyx hat dafür eine etwas zu starke Def. Dafür eine ziemlich beschissene Spatz-Def. Ich will, dass sich unser Pfeid endlich entwickelt, weil solange der noch ein Mankey ist, ist mir der einen kleinen Tick zu fragil. Moment, den machen wir mal ganz schnell. Den 17er sollten wir ja auch anhappen können. Das gibt einen Level-Up für ihn. Äh, ja. Das war der Raum hier. Wanderer Oliver mit einem Onyx. Okay, jetzt sind wir halt bei volle KP. Jetzt traue ich mich mit Pfeid da auch ran. Okay, wir sind zumindest auch fast volle. Die Hälfte sollten wir damit ja abziehen können. Oh, sogar fast tot. Kreideschrei. Okay. Kleinstein kommt da rein. Kenji darf auch mal wieder. Der lernt ja, glaube ich, mit Level 24 seine nächste Attacke, wenn ich mich jetzt da nicht täusche. Oh, 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 oh. Jetzt überlebt das. Puh. Ich habe wieder ganz vergessen, dass die Intensität können. Ein Onyx. Was macht der Dirk hier vorsichtshalber mal wieder? Ah, Level 25 für Dirk hier. Ah. Moment, der kriegt gleich einen super Trunk. Was ist die Frage? Ich bin von oben gekommen, dann habe ich hier irgendwo einen Trainer ausgelassen. Ja, genau den hier. Ich weiß doch, wo die ganzen Trainer hier stehen. Wanderer Knotweg. Deinem Kleinstein. Den Georock hat der auch noch. Okay. Ich will bei dem Georock jetzt nichts riskieren, weil ich glaube, den Georock kriege ich mit einem Karate-Schlag nicht gewonnen hätte. Das Ding hätte doch noch ein gutes Stück bessere Verteidigungswerte als ein Kleinstein. In der Spatz-Dev sieht es da allerdings immer ein bisschen anders aus. Okay. Na ja, gut, wir sind hier. Picknicker-Claudia mit einem Pummeloth. Normal-Pokémon kann man jederzeit verprügeln mit dem. Ein Taubsi. Ich hoffe, dass jetzt das erste Pfelskrab ist, das bei Fight daneben geht. Belly ist zwar ein bisschen angeschlagen, aber die kriegt das schon, wenn das ist ja nur ein Taubsi. Ist ja auch kein Zauberger. Unsere Belly hält ja ein bisschen was aus. Und sie macht gerne Volltreffer. Und ein Mautzi. Das darf der Fight dann wieder verprügeln. Ich will, dass der endlich ein Raser führt. Da unten ist dann irgendwo der Move-Tutor für den Steinhagel. Habe ich auch vor, jemanden beizubringen. Wir haben die Wahl zwischen Fight und Kenji. Und den kriegt allerdings der Kenji. Dafür machen wir den einen Igler weg. So. Dann hat unser Kenji jetzt eine supertolle Attacke gegen alle möglichen Flug-Pokémon. Und sonstigen Gedöns. So. Jetzt haben wir hier einen Wanderer. Der Wanderer Theodor. Der Wanderer Theodor. Durchbruch-Attacken-Punkte gehen so allmählich aus. Aber Fight ist Level 25. Ein weiteres Kleinstein kommt rein. Das kriegen wir mit dem auch noch. Je näher wir an Level 26 kommen, desto besser. Auch wenn uns langsam die Attacke-Punkte vom Durchbruch ausgehen. Und dann kommt noch ein Georock. Ja, das darf... Birki wieder machen. Birki levelt den anderen hier voll davon. Vor allem Marvin. Der kommt gar nicht mehr hinterher, aber ich kriege den hier auch nicht sinnvoll eingesetzt. Ein Fleck, Mann. Da lasse ich Fight garantiert nicht drin. Belly hat ein bisschen zu wenig KP gerade. Das mache ich nochmal mit der Karie. Natürlich kommt der wieder mit dem Heuler an. Was denn auch sonst? Oha, Volltreffer macht der hier schon wieder. Und er heult mich weiter an. Und da ist das Fleck, Mann, auch schon wieder down. So. Probieren wir es einmal mal nochmal. Sonst kriegt der Marvin ja gar nichts mehr ab. Und immerhin. Okay, solange er noch Heuler macht, ist alles kein Problem. Und zwar einmal minus eins Angriff, aber mal schauen. Für den Two-Hit soll es trotzdem reichen. Oh, wir haben ihn vergiftet. Nett. Na gut, der Heuler bringt ihm jetzt auch nicht mehr viel. Level 23. Also unser Marvin zumindest wieder mal ein bisschen aufgeholt. Aber den werde ich wahrscheinlich eh bald aus dem Team rausnehmen müssen, weil ich sehe den in der Zukunft nicht mehr unbedingt so stark glänzen. Gut, er hat nie wirklich stark geglänzt in dem Team. Eigentlich hat er jetzt gerade seine Glanzzeit. Wenn man es mal so sieht. Okay. Okay, Moment mal. Die hat ein paar Flug-Pokémon, wenn ich mich nicht täusche. Ich gebe da Veli mal den letzten Trunk. Dann kann die nämlich mal wieder ein bisschen kämpfen. Okay, das war doch die mit dem Knuffenser. Ist trotzdem nix, womit ich mit Fight gerne gegen kämpfe. Okay, wir hauen uns erstmal gegenseitig alles Mögliche daneben. Ein Pipi. Wenn es sich jetzt schon wieder so anbietet, dass wir da in unserem Fight wieder ein paar Grad CP reinschieben können. Ohne dass er dabei irgendwie drauf gehen kann. Dann haben wir die Kerstin besiegt. So, wir sind sowieso schon relativ kurz vorm Ausgang. Das ist ja schon der letzte Bereich vom Fels-Tunnel. Ja, das war die mit dem Taub-Sier. Okay, das ist wieder was für unseren Fight. Ja, das war kaum noch Attacken-Punkte. Noch ein Rad-Frazz, ja gut, dann kriegt der den letzten Durchbruch. Und ein Knuffenser kommt jetzt wieder rein. Ja gut, dann kann man hier die Kaddi mal wieder rausholen. Die muss schließlich auch noch ihren Flügelschlag lernen. Ich weiß zwar gerade nicht auswendig, wann sie den lernt, aber 25 oder 26 war's. Natürlich reise ich jetzt gerade nicht mehr fürs nächste Level. Und hier haben wir noch eine Perle. Ein Macholo. Und hier haben wir noch eine Pfadfinderin oder was, Picknikerin. Das weiß ich jetzt nicht mehr, wie die hier in dieser Seite sind. Ja, Pickniker waren's. Die Mauzi. Die Katze gegen die Ratte. Und die Ratte gewinnt. Myrapla. Na gut, das lassen wir jetzt die Kaddi wieder machen. Auch wenn sie Myrapla mit dem Windstoß noch nicht one-hitten kann. Dafür hält Myrapla einfach noch ein bisschen zu viel aus. Aber das Ding macht ja sowieso nur Lockduft. Und insgesamt kann's auch außer... Ich glaub, außer Säure und Absorber nicht wirklich was zum Schaden machen. Und Level 25 für die Kaddi. Dann kann das nächste bisschen Taubsee rein. Dann gehen wir da Valley jetzt noch ihr Level 24. Plus 3 Verteidigung. Hat jetzt schon wieder mehr Verteidigung als Angriff. Dann haben wir das schon mal wieder erledigt. Moment, wo war hier der Ausgang? Ja, hier, ne? So, dann haben wir's zumindest schon mal durch den Fels-Tunnel durchgeschafft. So, der nächste Punkt ist, bis nach Lavandir noch kommen. So. Dann macht's ja gleich wieder ein Falltreffer, die Valley, aber der wär jetzt, glaub ich, nicht mal nötig gewesen. So, da kommt ein Tauboga. Das mach ich jetzt aber mal mit unserem guten Kenji. Zum einen überlebt er ziemlich alles, was ein Tauboga ihm entgegenwerfen kann. Und zum anderen... Moment mal. Wollen wir den mal ein bisschen ausprobieren. 'so, ein Tauboga ihm entgegenwerfen kann Beispielen. ... ... Bis zum nächsten Mal.